Kassel Wohin? 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 Ok jetzt Oh, da hab ich die Verkennung gesetzt Ok, ok, komm, ja Dödel, nein Per Rene? Oh, ich bin so Es sind soweit gewesen Hey, ich hab genau das gemacht, was Passi gesagt hat, das hat nicht funktioniert Das hat bei mir geklappt Das ist wahrscheinlich falsch Ja, ich hab genau das gemacht, was du gesagt hast Ich hab ganz halt nach oben gegangen Nein, nicht nach oben gucken Nach vorne geradeaus gucken Ach so, als würdest du die Leiter normal hochlaufen Das ist echt, ich hab nach oben geguckt Sauber, passi, super Ja, egal, wir kommen aber bestimmt noch mal hin Ja, ich Bist du jetzt gerade? Ja Los, René, los, los, René Ja Bist du auf die Leiter oder bist du auf den Block danach schon? Ich bin auf dem Block Sauber Oh, fuck, komm, weiter muss ich den nicht aus Ach, Manno Aber langsam wird es machbarer 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 Die Challenge macht mal wieder richtig Spaß Nein, wie kann man jetzt schon verkacken? So, das haben wir ja auch die Aufnahme jetzt Jetzt können wir schon später mal studieren, wie man da verkacken kann Ja, es soll Ja, es soll Wann Ach, lol Das ist doch voll demotivierend Wir werden, wir werden das sowas von hier alles in die Luft sprengen, ne? Wie sollten wir, oh, fuck, ich hab schon meinen ersten Sprung verkackt Am Ende, am Ende dieser, dieser Map werden wir das hier in die Luft jahren Ja, man kann es alleine machen Also ich werde damit machen Könnte ja alleine machen So, wie kann ich denn da verkacken, ey, wie dumm bin ich denn? Ja, man fragt sich hier immer an welchen Punkt man verkacken kann Was für dummes Stück Scheiße bin ich? Sie machen mal bitte Tag Ja, ist so Ja, mach ich Okay, jetzt an die Leiter, ich muss jetzt an die Leiter, bitte, bitte schaff es, Florian Nein, ach man, ich rutsche mal von der Leiter ab, das gibt's doch nicht Ich glaub es nicht Ich hab da, glaub ich, ne Taktik bei der Leiter Cool Ich teste die jetzt mal Okay Ja, die klappt Was denn? Feitig ist der Fuck, ey Ja Ja, ja, ja Komm, René Nein, ich stand drauf, ne Och, Mann Du musst von einer bestimmten Stelle aus sprinten und dann an die Leiter dran Okay Pasi, was machst du gerade? Ich sitze hier im Pool und chill Ja, ein paar Bitches bist du auch noch spawnen, ne? Ja, natürlich Ach, Mann Ein paar Hühner Ja Wie ich das hasse Perverse, ey Florian Oh, ein paar Fick mit Hühnern Nein Ich schaff die, ich werd die Stelle nicht schaff Ich schaff aber immer diesen Spruch, äh, diesen, äh, wenn man an dieser Langleiter ist da, das schaff ich halt noch mal als Ja, der ist aber auch schwer gewesen Ja, aber wenn ich Wenn ich das so Nein Aber seid froh, danach ist die gelbe Challenge vorbei Ja, und? Und dann kommt die heiße Challenge hier gesehen Ich hasse diese ohne Eckstränge mit den Chess Leitern Kommt danach die Diamant-Challenge-Pasie Ja Ich hätte die Abkürzung grad nutzen sollen Ich bin dumme Chess So, du bist aber, Pasi ist ja so ein Moralapostel dass du das machen musst, sie kann immer die Kimmel knutschen Und ich sag, was ich will mich Wenngleichs so das Problem kriegen Testest du schon, oder was? Ja, ich gibt's wieder Ich hab die nächste Challenge angeguckt Brinne, schaffst du's? Oh, so knapp, ich war, ich war jetzt weitergekommen Sehr viel weiter Ich muss nur noch an die Leiter und dann noch den Sprung Traurig Das ist echt blöd Äh, nur noch an die Leiter und dann den Endsprung siehst du eine an die Leiter dann auf den auf dem Block hier und dann den Entsprung an den Entsprung den ich beinahe versiebt hätte ist der Schwede Entsprung eigentlich nicht aber ich hätte trotzdem beinahe versiebt nur bei der Karten weil ich zu früh abgesprungen ich hab ich mich allein er kriege ich die schweißer und dann ach Gott mit tut der Daumen langsam wie bei der die ganze Zeit auf der Leertaste ist verdammt die mit der kleine Finger weil er die ganze Zeit auf der Leertaste ist ein auf Schiff aber ich feier das Tick-Suppert das ist schön feierst das ich probiere gerade für die Hausparty nein die kann ich denn da vertreten aber ich bin jetzt so schlecht stellen wir uns auch nicht an es gibt durchaus schlechteren ja natürlich gibt es schlechtere ja es gibt manche die wissen nicht mal wie man sprintet ja wir haben halt nur einen schlechten Zeitpunkt jetzt für die Welt ausgewählt es gibt auch manche die wissen nicht wie man einen Ordner erstellt bei Rune knows es ist so was für die dummen Dioden mach mal ja nicht irgendwie mit Rechtsklick und dann auf Neu und dann auf Ordner ja das weiß sie auch nicht erst seit ein paar Tagen Mann seit gut zwei Wochen seit er macht ja es sind ja ich ich bin ich bin als Jahrhundert seit der Verwollung wir wollen nicht von einem Englisch-Kentzenreden oder deiner ist so wenn er an oder einer Rechtschreibung Gott ein Rechtschreibung der Bündnis Brechheit welche Noten hast du in Deutsch das muss er jetzt nicht sagen er ist nicht gezogen, dass du sagen kannst in meiner letzten Deutscharbeit hatte ich eine 2 was für eine behinderte Lehrerin hast du denn? eine gute gib dir auch noch Smileys maaaannn maaaannn Pogel wieso fragst du ob die Smileys gibt weil das so eine Grundschullehrerin sein muss was hattest du das letzte Mal Motte? denk mich was hattest du das letzte Mal Englisch? ne 3 ne 3 ne 3 also ich ne ne nein 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 nicht hilfreich persönlich nicht hilfreich ihr wisst dass wir seit über 40 Minuten ja was sollen wir machen wir sind einfach nur zu schlecht dafür ach nein die Map ist einfach nur zu schwer ganz ehrlich ich hab ja auch nur Glück ja passier dieser Sprung hier ne dieser Sprung weißt du wieviel ich diesen versucht habe hier den René jetzt gerade machen muss ach jetzt hab ich die Drehung nicht lange noch gedrückt ach 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 ja das ist echt blöd das ist schon schwer an die Leute überhaupt ranzukommen und dann noch sowas ja aber ja das ist viel zu übertrieben aber es ist machbar ja haben wir ja schon gesehen jeder hat das schon einmal geschafft oder? nein ja ich hab das schon geschafft ich nicht und ich war schon weiter oh ich bin zu dumm dafür nein Mann ich schau du packst das noch du packst das noch halt das Maul René die Fackeln glauben auch an dich die Fackeln können mich auch mal ihr könnt mich alle mal die Fackeln fackeln ab ihr könnt mich mal einschalten nein könnt ihr nicht klickt das Video weg macht ein neues Tab auf und macht das andere Tab hiermit zu nein Mann ich bin so scheiße ich bin so scheiße ich könnte heulen ich könnte heulen guckt euch an wie scheiße sie sind es ist echt nicht wein ist das auch passen Passi ist fertig Flo bei deinem Skin hättest du noch irgendwas hättest du auch braun an deine Schuhe machen müssen dann sehr aus als wärst du scheiße getreten ich bin aber auch nicht in Scheiße getreten weil jetzt ist sie noch so weil jetzt ist sie noch so ein Kackfleck an die Stirn machen sollen ne ich hab mich ja nicht selber dargestellt also hast du sie so ein wirklich keine Ahnung boah ja komm schau ich muss mir mal die Eiter aus ok jetzt auf die Leitern gucken ne quasi soll ich Steuerung loslassen äh 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 also ich guck eigentlich nach oben Flo an dem Block ja bei mir klick sauber jetzt macht er das ach 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 du bist du bist nach der Leiter auf dem Block und dann bei dem Block verkackt ne ich hab ich hab mit von der also ich hab ich war auf dem Block nachdem man auf die Leiter kommt und dann nach dieser Block an der Seite von dem Stab da da bist du verkackt ja das ist mir auch passiert die Situation falsch eingestellt aber ich weiß jetzt ungefähr wie ich das machen muss das ist gut wenn man einmal hat dann nach 40 Minuten bin ich schon mal nach 40 Minuten bin ich einen Schritt weiter gekommen war wenn das so weiter geht komme ich irgendwann am Ende der Map waren ja ich glaube auch nicht mal dass das hier die schwerste Challenges oh ja weil was ich schade finde nein ich bin schon wieder von der Seite oh man lassen dass die Maps äh dass die Challenges keine Schwierigkeitsgrad Einstufung haben ja hast du Pech weil da wüssten wir wie schwer das hier wär ja für den Map-Ersteller ist es ja jedem selber wie das manche können das manche nicht ja und wir können es nicht, ne nein wieso drücke ich nicht lange noch D ich bin so dumm oh jetzt hab ich mein Inventar dafür steht das D boah ich krieg hier die ich bin so unnötig wie die boah diese Challenges ist so unnötig wie die Einrastfunktion was soll die ich ausgemacht hab die man ausschalten kann übrigens ich hab die auch ausgemacht das wurde mich ja am Anfang als ich Windows Konfigur... äh Eingriff äh gemacht hab da da konnte man das schon ausschalten ja bei Windows 8 ja bei Windows 8 so behältst du jetzt eigentlich Windows 8 oder hast du die Windows 7 drauf ja ich hab mich jetzt so an Windows 8 gewöhnt ok ich wollte erst Windows 7 aber Windows 8 geht jetzt eigentlich so ja hm hm na äh also ich easy am Anfang fand ich das noch blöder war weil man hatte keine Übersicht weil jetzt geht's und mich hat der Verkäufer voll verarscht der hat mir gesagt ich hätte Windows 8 drauf und jetzt hab ich Windows 7 drauf cool hä hä ich hab den echt nicht geschafft ich hab den immer geschafft immer den hab ich immer geschafft ach nö Pasi's wird Nachtmaßmann Tag ja klar muss ja eh nichts anderes tun meine Motivation ist im Keller ihr schafft das ihr schafft das Pasi erzähl kein Scheiß soll ich mal einen auf Motivationstrainer machen nein dann schreifst du dann schreifst du es anders ihr seid scheiße ihr könnt gar nichts das meine ich ihr scheifst das sowieso nie ja los ey Flo du schaffst den Sprung eh nicht versuch es doch gar nicht erst boah du bist voll schlecht du schaffst das eh nicht mann boah du bist voll kacke boah wenn du den Sprung eh nicht schaffst warum versuchst du es dann überhaupt mann die Leiter triffst du eh nicht du bist viel zu schlecht dafür boah der Sprung ist viel zu schwer das Ding kriegst du doch nie hin du bist so ein Loser du schaffst das eh nicht du bist voll scheiße ich krieg mich nicht mehr an 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 boah man das sind nur drei drei mickige Leitern wenn du die nicht schaffst bist du ein der größten Noob der Erde du schaffst das eh nicht du bist ein kleiner Kackwurst du bist ein kleiner Kackwurst du bist eine kleine Kackwurst du bist so dumm dafür du bist schlecht 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 Flo bitte auf dich zu dücken weil man sieht deine scheiß Boxershorts du bist sowieso zu schlecht für diesen scheiß Sprung das sind drei mickige Leitern das ist ein Drei-Blöcke-Sprung glaube ich bitte Pasi sei das 1, 2, 3, 4 Blöcke-Sprung nur das ist nur ein Vier-Blöcke-Sprung und da sind Leitern